Temperaturrekorde an Silvester und die werden wir wahrscheinlich knacken und sorry für den Rechtschreibfehler oben links bei Silvesterrekorde. Dort habe ich Silvester falsch geschrieben. Dann schauen wir uns das Ganze mal in diesem Video an, wie der Übergang ins neue Jahr aussieht. Schauen wir aber als allererstes auf die aktuellen Temperaturen, und zwar mit an Höhe. Und so wurden im Südwesten schon knapp 17 Grad gemessen, 16,8 Grad am Oberrhein. Das ist doch ziemlich warm, aber auch sonst verbreitet 11 bis 14, 15 Grad. In NRW wurden auch schon 15,9 Grad teilweise gemessen. Aber also alles so knapp an diesen höheren Temperaturen vorbei. Und ja, zum Übergang gibt es auch ziemlich milde Werte. Und das sehen wir hier nochmal. Heute Nachmittag sind im Westen 17 Grad möglich. Und im Südwesten teilweise 17, 18, 19 Grad. Eventuell, wenn es ganz gut läuft für die Werte, könnten wir im Südwesten auch die 20 Grad erreichen. Und sonst am Norden und im Süden ein bisschen kühler mit 9 bis 10 Grad. Am Norden, im Norden 10 bis 12 Grad. Also nicht so ganz warme Temperaturen zum Draußen zu sein. Aber trotzdem noch ziemlich mild. Schauen wir dann mal auf die Mitternacht. Und da sehen wir in NRW haben wir noch um Mitternacht 16 Grad. 14 bis 16 Grad. Während es von Südwesten und im Süden ein bisschen kühler wird. Im Süden Temperaturen von 6 bis 8 Grad. Sonst von 10 bis 12. Örtlich auch im Rhein-Main-Gebiet mal die 13 Grad. Also perfektes Wetter zum Draußensein. Und dazu schauen wir uns jetzt noch die Bewölkung an. Und es bleibt auch eigentlich die ganze Zeit relativ trocken. Die Bewölkung sieht dann wie folgt aus. Da werden wir ziemlich, ziemlich viele Wolken im Norden und Nordosten haben. Von Südwesten kommen dann einzelne Auflockerungen hinzu. Also hier kann man zwischendurch auch mal die Sterne sehen. Und vor allem in der Eifel. Dort scheint der Mond auch ziemlich ziemlich häufig ab Mitternacht. Und das heißt, die habe ich jetzt hier für Mitternacht rausgesucht. Sonst bleibt die ganze Zeit bewölkt mit ein paar Auflockerungen, wie schon gesagt. Schauen wir dann mal auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und die Niederschlagsignale. Das sieht wie folgt aus. Da haben wir 10 Grad. Dann geht es bergab. Wieder 0 Grad in 1500 Metern Höhe. Dann geht es wieder bergauf. Und dann passen sich die Läufe so langsam ans langjährige Mittel an. Und dazu haben wir immer wieder sehr, sehr viele Niederschlagsignale. Erstmal in Form von Regen. Am Ende eventuell da gehen auch mehrere Läufe nach unten. Auch in Form von Schnee. Schauen wir uns das Ganze von Osten an. Hier auch das ähnliche Spiel von oben nach unten. Aber dann sehen wir hier nicht den zweiten größeren Buckel. Und auch hier passen sich die Läufe im Laufe der Zeit an. Hier gehen die Läufe sogar auf leicht unterdurchschnittliche Werte. Hier ist dann auch wieder nächstes Jahr ab dem 10. Januar eventuell Schnee möglich. Also ziemlich, ziemlich spannend, was uns in den nächsten Wochen da erwartet. Apropos viele Niederschlagssignale, schauen wir mal bis zum 16.01. auf die Niederschlagsmengen. Und da sehen wir vor allem NRW, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Hamburg. Die beiden, diese, diese Bundesländer werden richtig mit Regen zugestüttet. In NRW werden teilweise auch im Mittelgebirgen 102 bis 105 Liter pro Quadratmeter berechnet. Sonst meist 60 bis 100 Liter pro Quadratmeter und in den übrigen Bereichen 20 bis 40. Das war es dann auch schon wieder in diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wir sehen oder wir hören uns wieder. Und dann sage ich nur, macht's gut, bis dann, ciao. Und ich wünsche euch natürlich, ja, einen frohen und gesunden Übergang. Macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.